Riegelei, erzähl mal, wie hast du es gesessen? Einmal muss ich sagen. Mein Vater hatte absolut Unrecht. Er hat mir vorgeschwärmt, wie supergut, dass hier die Haxen in diesem Schweizer Haus sind. Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe schon 20'000-mal bessere Haxen gehabt, und zwar beim Sacherrolli. Ja, so ist das. Rauschen! Am Oktoberfest. Das Problem ist, wir sind gerade im Haus. Das wird es sein. Das wird es sein. In dem, draussen ist es schön knusprig. Aber knusprig ist feiss, da kannst du gar nicht fressen. Das ist Schwarte. Aber du bist doch schon dick. Eben darum. Das Innere, das eigentlich schönes Fleisch wäre, hier ist trocken. Hier. Und sonst ist es eigentlich noch relativ. Fertig. Sampf? Sampf ist relativ. Komisch. Es ist ein Schwengelsenf. Ein Schwengelsenf. Einmal scharf, einmal nicht scharf. Scharf. Gut, kann man jetzt darüber hinweg sehen, weil wir haben ja auch noch einen Härtensalat gehabt. Aber der ist wirklich super. Ohne Mayo. Aber ich würde jetzt sagen, ich schiesse jetzt hier vorne hinter die Hecke und dann ist die Sache für mich gegessen. Jetzt ist wieder voll. Jetzt ist wieder voll. Jetzt ist wieder voll. Jetzt ist wieder voll. Nicht mehr zu denken. Also, ähm ... Kups. Kups? Es ist einmal runtergefallen, beim Double. Leidia, Leidia. Leidia ist ein Leidia. Ist gut jetzt. Hör auf.